Jappadapadai, jappadapadai, moin moin, na? Herzlich willkommen, ich hoffe euch allen geht's gut. Es ist heute Sonntag und eigentlich dachte ich mir, komm, sch*** drauf, ich lieg einfach den ganzen Tag auf der Couch, mach gar nichts, fress irgendetwas in mich rein, aber nein, ich hab mich für den anderen Weg entschieden. Und zwar war ich gerade beim Sport, hab alles aus mir rausgepresst, was noch in mir war und jetzt sitze ich hier mit voller Energie getankt, um dieses Video zu machen. Ach, und übrigens, auf meinem anderen Kanal, Verbrechen hautnah, wo es um Verbrechen geht und man ist hautnah dabei, ja, da ist jetzt gerade auch ein neues Video online gekommen, wo Polizisten eine Frau gefunden haben, die wirklich im Frankfurt-Modus besessen war, auf was weiß ich für Substanzen. Könnt ihr euch gerne reinziehen, das war geisteskrank. Direkt unten in der Beschreibung oder nach dem Video verlinkt. Kuss geht raus. Und ich glaub, ich hab genauso viel Energie wie dieser Opa in diesem Video. Die versuchen da irgendeinen Holzstamm aus dem Boden zu reißen, da vorne ist der Traktor und daneben ist seine Hilfe. Ey, der Opa sorgt nochmal für den zusätzlichen PS. Komm schon, Bruder, noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Du hast es gleich. Ein paar Sekunden später. Ich finde auch erst eine größere Hilfe als der Traktor daneben. Der bringt ja gar nichts. Die wirkliche Kraft bringt der Opa mit seinem Rollstuhl. In diesen Opa hab ich Vertrauen. Und wo wir gerade so bei dem Thema Vertrauen sind, Ich bin hier auf eine Werbung von einer Kirche gestoßen, das ist geisteskrank. Wer auch immer dort in der Social Media Abteilung saß und sich das ausgedacht hat, hat 500 EQ. Aber seit wann gibt es eigentlich eine Marketingabteilung für eine Kirche, die dann Social Media Werbung macht? Hä? Wow. Also das ist wirklich eine 500 EQ Werbung. Das hat mich direkt überzeugt. Und das Ding ist auch abgegangen. 300.000 Likes. Es hätte keine bessere Werbung geben können für diese Kirche. Das ist anscheinend jetzt der neue Grind. Ich feier das. Und genau auf diese Welle, dass man jetzt so lustige Werbungen macht, die fast schon Memes sind, springen jetzt auch andere Unternehmen auf Instagram drauf auf. Wie zum Beispiel hier. Day in Istanbul. Day in Istanbul. Day in Istanbul. Ah, ach so, ich verstehe. Er ist ganz zufällig gestolpert und hat dann, ja, zack, 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 die Haartransplantation einfach mal so mitgenommen. Einfach mal, einfach mal kurz neue Haare transplantiert bekommen. Wer kennt es nicht? Und hier muss ich auch wieder sagen, ich glaube, es gibt keine bessere Werbung auf der Welt als für diese Haartransplantationsklinik. Die haben wirklich das Marketing einmal komplett von A bis Z durchgespielt. Und 866.000 Likes. Ich glaube, die haben noch nie in ihrem Leben so viele Kunden wie an diesem Tag bekommen. Aber da muss ich auch schon mal sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also mich haben die jetzt auch überzeugt. Ich glaube, ich gehe da jetzt auch hin und lasse mir meine Haare transplantieren. Und was passiert hier jetzt schon wieder? Da fährt doch gerade die Feuerwehr vorbei, weil irgendjemand die gerufen hat, dass es irgendwo brennt. Wahrscheinlich hat jemand beim Kochen reingeschnitzen. Und wahrscheinlich war dieserjenige auch der Typ, der jetzt in diesem Auto sitzt und einfach weiter kocht. Was für eine Psychose, ey. Wir müssen doch in einer Simulation leben, oder? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der auf dem Beifahrersitz sich Essen gemacht hat. Das ist noch nie passiert. Und wahrscheinlich ist der Bruder gerade wirklich geflüchtet, weil vor 5 Minuten seine Küche zu Hause abgebrannt ist. Und er sich jetzt einfach gedacht hat, oh, Scheiße drauf. Hier ist alles am Arsch. Es gibt nur noch eine Option. Ich muss wegrennen. So schnell wie möglich. Aber die Würstchen, die nehme ich noch mit. Ich will nicht wissen, wie das Auto stinken muss. Der Fahrer bekommt doch fast keine Luft mehr. Der crasht gleich auch noch das Auto. Aber sieht irgendwie delicious aus. Das gibt so den gewissen Vibe, you know? Das gewisse Aroma, wenn das auch einfach mal im Auto auf dem Beifahrersitz gemacht wurde. Auf der Flucht. Das gibt das gewisse Extra. Die gewisse Liebe. Versteht ihr so das gewisse Extra von dem hier? Checkt ihr? Von dem hier einfach. Barbed Wire Moustache. Okay, ich ahne schon Schlimmes. Ich weiß zwar noch nicht, was hier jetzt passiert, aber ich ahne schon Schlimmes. Alleine, wenn ich diesen NPC-Blick sehe und der das Handy so in der Fresse hat und irgendetwas im Gesicht jetzt abgeschmiert wird. Irgendetwas ganz tief in mir drinne sagt, das kann jetzt nicht gut gehen. Ey, bitte sag mir, dass das ein Troll ist. Bitte sag mir, dass das Video jetzt einfach endet oder er irgendetwas anderes tätowiert bekommt. Aber sag mir nicht, der macht sich wirklich dieses Tattoo über seinen Mund. Nein, nein, nein. Das kann er nicht ernst meinen. Der Bruder hat 100% eine Wette verloren. Gut, alles klar, das war's mit ihm. Das war's mit deinem Leben. Du wirst ab heute, ab diesem Tag, wirst du für immer ein Loser sein. Das kann doch niemand mehr ernst nehmen, bitte. Bitte brich noch ab, okay? Du hast noch die Chance, jetzt einfach abzubrechen. Und dann nicht dieses Ding da zu haben, sondern nur so ein, zwei Striche. Oh mein Gott, ich hoffe, er bricht noch ab. Der muss doch jetzt abbrechen, oder? Der macht das doch niemals jetzt zum Ende. Brother, ehh, what's that? Oh my goodness. Gut, ich muss erst mal reinhauen. Haut rein, ach du Scheiße, oh my God. Was hat der mit sich angestellt? Der hat sein komplettes Gesicht ruiniert. Wie willst du das bitte deiner Mutter erklären? Dann erklär das mal bitte deiner Mutter oder deinem Vater. Bro, ich stell mir grad vor, ne, würde ich mir dieses Tattoo machen und ich würde das meiner Mutter sagen? Meine Mutter würde wahrscheinlich erst mal anfangen zu heulen und sagen, ich hätte mein komplettes Gesicht ruiniert. Und mein Vater? Von dem würde ich gar nicht reden. Ohohoho. Von dem will ich gar nicht reden, was der mit mir anstellen würde, wenn ich auf Ernst zu ihm komme und sage so, hey, Vater, das ist mein neues Tattoo. Wie findest du? Findest du geil? Ich glaube, mein Vater würde mich enterben danach. Der hätte gar keinen Bock auf noch irgendeinem Familienfoto mit mir zu sein, wo ich dieses Tattoo habe. Und jetzt mal Spaß beiseite, ne, wir machen uns hier grad witzig darüber, aber er hat sich grad wirklich dieses Tattoo stechen lassen. Geht es dir noch gut? Was war, was war die Mission? Was wolltest du damit erreichen, bitte? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Oh my goodness. Ja gut. Ich weiß nicht, ob er sich darüber im Klaren ist, aber dieses Tattoo wird halt sein komplettes Leben verändern. Das wird einen so großen Einfluss nehmen auf sein Leben, das ist verrückt. Die einzige Option, die er jetzt hat, ist einfach, ja. Bruder, wie wär's, wenn du einfach versuchst, YouTube-Videos zu machen und einfach dabei dein Gesicht nicht zeigst? Vertrau mir, Bruder, das ist das Beste, was du machen kannst. Wer weiß, ob nicht sogar ich das bin und ich eigentlich dieses Tattoo hab und genau deswegen mein Gesicht nicht zeigt. Tja, ihr werdet es niemals erfahren. 70-Year-Old German lives full-time on German trains. Und für alle Analphabeten, die noch immer in der vierten Klasse hängen und kein Englisch können, 17-jähriger Deutscher lebt die ganze Zeit in deutschen Zügen. Oh, wie krass war das übersetzt, ja. Ich muss mir auf die Schulter klopfen. Gut gemacht, Ben, gut gemacht. I'm 17 and I live full-time on the train. Ich hab mich im Sommer 2022 nach meinem Realschabschluss dazu entschlossen, den Zug zu ziehen. Was für ein Zug? Ist jetzt Zug irgendwo ein neues Dorf, eine neue Stadt oder so? Oder willst du wirklich in den Zug einziehen? Funktioniert das überhaupt? Also die einzigen, die ich dabei beobachtet habe, die das auch versucht haben, die wurden fünf Minuten später rausgekickt. Das waren nämlich irgendwelche Obdachlosen in der Berliner U-Bahn, die einfach dort drinnen leben wollten, ohne Tickets. Ich kann morgens entscheiden, ob ich tagsüber in die Alpen oder in der Ostsee baden gehen will. Das ist alles... Wie in die Alpen, Bruder? Ach, der meint das ernst? Der lebt wirklich in dem Zug. Der geht wirklich, glaube ich, so am Morgen in die Alpen und am Abend geht er in die Ostsee. Was ich zum Leben im Zug brauche, das ist eine Decke nachts zum Zudecken, ein paar Tlermotten, die ich dabei habe, drei T-Shirts. Du willst mir sagen, alle deine Besitztümer, alles was du hast, ist in dieser Tasche? In diesem Rucksack? Bruder, ich habe gerade auf meinem Schreibtisch hier mehr Dinge liegen, als du in deinem Rucksack hast. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Zwei Hosen, Zahnbürste. Ich arbeite als Softwareentwickler für ein kleines Kölner IT-Startup. Ich kann dann arbeiten, was ich will. Mein Leben im Zug, das kostet so around about 10.000 Euro im Jahr. Der größte Teil davon geht für die Bank, hat 100.000, hast du das drauf. Meistens. 10.000 Euro im Jahr, das sind ungefähr so 800 Euro pro Monat. Dafür, dass du im Zug lebst, also ich kann das gerade echt nicht einschätzen, aber ich weiß nicht, Bruder, ob das jetzt so geil ist. Aber wenn du Lust darauf hast, so okay. Irgendwo muss ich sagen, auch Respect the Hustle, weil wer wirklich die Eier hat und es auch so lange aushält, in einem Zug zu leben, Bruder, Respekt. Ich glaube, du wirst alles überstehen im Leben. Dich kann ja gar nichts klein kriegen. Ich will nicht wissen, was dieser Typ alleine in der letzten Woche alles mitbekommen hat. Da muss ja so heftige Sch*** alles passieren und der Typ ist direkt dabei. Der bekommt alles sofort aus erster Quelle mit. Stell dir mal vor, er lernt gerade so eine Kenzo, die verstehen sich richtig gut. Sie verliebt sich auch so ein bisschen in ihn, weil er ist so ein süßer Boy, you know. Und dann fragt sie so, yo, kann ich heute zu dir kommen oder so? Und dann sagt er so, klar, 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 Schaudi, komm vorbei, wir kommen bei mir chillen in meiner Wohnung. Ich habe meine eigenen vier Wände. Und dann kommt die vorbei und die chillt so am Bahnhof und auf einmal kommt der Typ in dem Zug vorbei und sagt, hey, einsteigen. Und dann sind das seine vier Wände. Ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde als Mädchen. Ich weiß nicht, ob ich das dann cool finde oder mir so denke, was für ein geisteskranker Sch***, was will der? Ich hau ab, ich drehe mich um, ich hau ab im Vollsprint. Wasche ich meine Wäsche mit der Hand in der DB Lounge und hänge sie dann über Nacht in irgendeinem Nachtgibsee neben dem Schlaf. Meistens esse ich in der DB Lounge. Dort kann ich mich auch einfach mal waschen, Katzenwäsche oder sowas. Ist da überhaupt gar kein Problem. Die ersten zwei, drei Monate echt schlecht geschlafen, war oft übermüdet. Mittlerweile geht das deutlich besser. Meine Lieblingsstadt in Deutschland ist Berlin auf jeden Fall. Ey, der Bruder hat wirklich Sparen studiert, ne? Der ist der Sparfuchs Nummer eins. Ich kann mir das irgendwie nicht geil vorstellen. Das ist vielleicht so für ein, zwei Wochen cool so, dass du überall hinkommst, wo du willst. Aber Bruder, hast du keine Freunde oder so? Also was ist denn mit denen? Wie sieht das denn aus so am Wochenende, wenn du irgendwas machen willst? Stell dir mal vor, du bist auf einer Party, alle gehen nach Hause und du? Oder du musst fünf Stunden warten, bis dein nächster Zug kommt. Bis dein nächstes Zuhause endlich ankommt zu dir und du einsteigen kannst. Also ich glaube, um das zu machen so, ist zwar nice, dass er so viel Geld spart, okay, okay, und dass er so minimalistisch lebt, ja, ist nice. Aber ich sag, dafür muss man schon so ein, zwei Glühbirnen weniger haben, damit man das auf jeden Fall aushält. Aber anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass der Typ sich das über mehrere Monate lang gibt, in einem Zug zu leben. Ich würde doch psychisch komplett kaputt gehen nach der Zeit. Bei dem nächsten Clip, bitte fragt mich einfach nicht, warum, okay? Bitte hinterfragt es einfach nicht. Ich war so auf Instagram am Swipen und dann bin ich auf dieses Video gestoßen. Ja, das ist alles. Dort liegt einfach irgendein Typ und, Digger, ist der schwanger? Ist der schwanger? Das Video ist einfach nur er, wie er da liegt mit diesem dicken Bauch und auch einfach kein Sound. Da war einfach kein Sound. Das Video hört sich wirklich so an. Kein Sound zu haben bei einem Instagram Reel ist wirklich crazy, also auf Ernst. Ich hab so viele Fragen. Wer ist dieser Typ? Wo ist der Sound? Wo liegt er da? Und vor allem, warum hat er diesen fetten Bauch? Der hat wirklich einen Ball verschluckt. Der hat einen von diesen Gymnastikbällen, die es damals in der Schule gab, hat er gegessen. Ich hoffe, dem geht's gut. Aber so wie das aussieht, ist er einfach nur am Chillen. Der hat gerade bestimmt einfach nur gegessen und hat deswegen so einen dicken Bauch. Der hat einfach nur gerade sich gut schmecken lassen. Nix verwunderliches. Der Endgegner von ihm wäre dieses Ding hier. Ein kleiner Piekser davon und der Bruder macht... Ich glaube, ich spreche jedem aus der Seele, wenn ich sage, dass ältere Menschen, die sauer sind, einfach unnormal witzig sind. Ich sag dir ehrlich, es gibt keine witzigeren Videos, als wo irgendwelche Omas oder so ausrasten. Kennt ihr auch dieses eine so mit dem... Hey, wenn so ältere Karens am Ausrasten und Ragen sind und die so sauer sind und irgendwie krass sein wollen... Ich kann das einfach nicht ernst nehmen. Genauso wie diese Oma hier. Die Oma da ist aus irgendeinem Grund sauer auf den Typen, der das Handy hält. Und jetzt versucht sie ihm hinterher zu rennen und zeigt die ganze Zeit den Stinkefinger, okay? Sie will jetzt hinterher rennen. Hinterher sprinten. Sie will diesen ungezogenen Bengel unbedingt erwischen und ihm eine Lektion erteilen. Na, was ist das denn für ein Goofy-A-Walk? Wie läuft die denn? Ist das ihre schnellste Geschwindigkeit? Get out of here. Get out of here. Und während sie so dieses Get out of here sagt und diesen Mittelfinger so ganz leicht zeigt, sie kriegt den Finger kaum raus, macht sie einfach Crip-Walk. Sie läuft so wie die Gangster auf einem Beat durch die Hood und macht so ein paar coole Moves. Ich würde niemals denken, dass sie gerade wirklich versucht zu rennen oder so. Get out of here. Hey, die arme Oma, ne? Die kann bestimmt nicht mehr richtig laufen oder keine Ahnung, was das ist. Die hat einfach kurz vorher aus Versehen auf den Zeitlupen-Modus gestellt. Die läuft einfach wie jemand, der gerade auf den Mond ist. Sogar der Bruder da oben läuft schneller als sie hier. Und ich feier's auch, wie diese Karens immer nach Police schreien. Police! Police! Bro, da ist gefühlt niemand in der Straße. Niemand ist da, außer du, der Typ hinter der Kamera und dein Mann. Der hat auch schon keinen Bock. Der sagt die ganze Zeit so, Grace, Grace, komm zurück. Das bringt doch nix. Police! 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 Help! Help! Police! 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 Ja, ich kann euch sagen, es kam keine Polizei. Niemand hat sich dafür interessiert. Die Oma dachte, sie ist kurz davor, diesen Typen hinter der Kamera einzubuchten und für lebenslang ins Gefängnis zu schicken. Aber nee, jetzt ist sie halt im Internet ein Meme. POV, dieser eine Freund in der Snapchat-Gruppe. Jungs, kümpt euch Sound. Jetzt. Oh, krank. Waller, Formel 1, ich schwöre. Und jetzt halt sich einfach mal voll in den Getränke-Laden. Okay, Bruder, aber wieso? Also erstmal, ich check's auf jeden Fall. Ich bekomme auch manchmal diese Random-Ass-Videos in solche Snapchat-Gruppen geschickt, wo irgendeiner von meinen Homies die abgef***teste Scheiße macht, die ich noch nie vorher gesehen hab. Und zweitens, woher hast du dieses Fahrzeug? Da war einfach irgendein Mitarbeiter, der normal gearbeitet hat, der ist ganz normal seinen Pflichten nachgegangen, hat kurz dieses Fahrzeug abgestellt, wollte was in die Regale reinräumen und auf einmal kommt da irgendein Troll so und nimmt Handy raus und macht so Ey, guckt mal Jungs, was ich hier habe und cruised mit diesem Teil weg. Ja, und crasht dann halt in das Getränke-Lager rein. GG's, du hast ein cooles Video in der Snapchat-Gruppe gegen lebenslanges Hausverbot in deinem Supermarkt eingetauscht. Hat sich doch gelohnt, oder? Stell dir vor, irgendwann kommt die nächste Pandemie. Der hat kein Essen, kein Klopapier, kein gar nichts mehr zu Hause und will einkaufen und dann fällt ihm dieses Video von vor zwei Jahren auf die Füße und deswegen kann er nicht einkaufen und wird jämmerlich verhungern. Ey, was labere ich gerade eigentlich schon wieder für eine Sch***? Komplett unrealistisches Szenario, das wird niemals passieren. Okay, es gibt immer diesen einen Typen, der rein sch***en muss. Es gibt immer diesen einen, der übertreiben muss. Wie nah bist du an deinem Bildschirm? Willst du den küssen? Der hält diesen anderen Augenkontakt mit seinem Bildschirm, ne? Der macht auf ernst. Und was geht mit der Maus und deinem Rücken und deinem Armstellung? Bruder, was geht mit deinem Körper? Du verrenkst gerade jedes einzelne Stück davon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas funktioniert. Als ob der da mit irgendeinen Vorteil im Spiel hat. Der ist so nah mit seiner Fresse an diesem Bildschirm, der erkennt einfach nur noch diese Pixel hier. Ich kann das nicht ernst nehmen. Sch*** drauf, wie krass du irgendwie in einem Spiel bist. Junge, wenn du so vor deinem Monitor sitzt und so am Zocken bist, such dir Hilfe. Hör auf zu spielen. Geh einfach mal raus an die früchte Luft. Fass mal ein bisschen Gras an, Bro. Einfach mal wegkommen vom PC. Ich glaube, das würde dir ganz gut tun. Und ich weiß, wem das auch richtig, richtig gut tun würde. Willst du mir erzählen, du saßt irgendwann in deinem Zimmer und dachtest dir so, hm, wie wäre es, wenn ich etwas so programmiere, dass ich ein Spiel spielen kann mit einem Barcode und einem Barcode-Scanner? Willst du mich verarschen? Ja, okay. Ich muss sagen, also Kreativität 10 von 10. Umsetzung 10 von 10. Sinnhaftigkeit 0 von 10. Wie soll ich mir das vorstellen, wenn ich mit den Jungs am Spielen bin? Die sind so irgendwo am anderen Ende der Map und sagen so, yo, komm mal her, komm mal her. Und ich sag so, alles klar, Jungs, ich bin unterwegs. Und dann muss ich das machen. Alles gut, Jungs, ich hab's gleich. Noch 20 Minuten. Ich bin gleich da. Boah, bisschen Roblox, bisschen Roblox mit dem Brayers. Ey, die Kombination wird immer gottloser, ne? Erst das als Tastatur benutzen und dann noch Roblox damit spielen. Ey, wer auch immer dort hinter der Kamera ist und dieses Zeug entwickelt hat, bitte such dir Hilfe. Aber irgendwie feiere ich diese Programmierarzen auch genau für sowas. Die könnten so irgendetwas Heftiges programmieren, so irgendeine Software, die richtig viele Dinge auf der Welt vereinfacht und die Welt zu einem besseren Ort macht. Und dann entscheiden die sich einfach dazu, hey, ich mach einfach das. Sehr stark, sehr stark. Und wo ich grad dieses Roblox-Spiel dort sehe, ich hab mir so ein Video gefunden und da haben Leute eine Hausparty in Roblox gefeiert. Ja, die haben wirklich eine Hausparty in Roblox gefeiert. Die haben sich da getroffen, haben getrunken, Musik gehört, haben getanzt bei irgendjemandem zu Hause in der Crib, also wie im echten Leben. Und ihr glaubt nicht, wer auf diese Party kam und was diese Person getan hat. Ach du heilige Scheiße, ist das gottlos, oh mein Gott. Ich lach auch jetzt hier nicht darüber, weil das ist wirklich gottlos. Bruder, da kam einfach wirklich jemand und hat die Hausparty abgeschutet. Oh mein Gott, Bro. Was ein ekelhafter Bart. Der geht einfach in die Roblox-Hausparty und zerstört die, in denen er ein Massenshooting veranstaltet. Alter. Ey, der hat wirklich nur Angst vor Gott. Was muss man für ein geisteskranker Mensch sein, um das zu planen und das dann noch zu machen? Einmal ein dickes F für alle Leute, die auf dieser Hausparty sind und leider ihr eines Roblox-Herz verloren haben und ihre Robux gedroppt haben auf den Boden. Einmal ein dickes F an unsere gefallenen Brüder. Ey, und wo wir gerade schon so bei diesen ganzen Gamern sind, ich habe hier noch ein Video gefunden. Und da hat sich mal wirklich wieder die Elite der Elite der Elite von Zockern versammelt. Wenn mich jemand fragt, wie würdest du so diese Leute beschreiben, die um ihr Leben ein Videospiel spielen, dann würde ich ihnen genau dieses Video zeigen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber wahrscheinlich hat irgendjemand einen Fehler gemacht, irgendjemand hat was von dem anderen zerstört, irgendjemand hat dem anderen seine Robux geklaut. Keine Ahnung, aber wieso rasten die da alle aus? Ist euch eigentlich mal bewusst, was ihr hier gerade tut? Ihr sitzt so mit 20, 30 Mann in einem Raum, wahrscheinlich hat jeder von euch da das letzte Mal vor drei Tagen geduscht und ihr seid da den ganzen Tag am Zocken. Und jetzt rastet ihr alle aus, beleidigt euch gegenseitig, schmeißt mit bösen Wörtern um euch. Also ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber irgendwie ist das ziemlich loserhaft. Und die meinen das auch völlig ernst, ne? Die rasten da gerade richtig aus. Die lassen da gerade ihre kompletten Emotionen raus. Der Dämon schreit gerade aus ihnen raus. Boah, ich kann diesen Raum riechen. Der da hinten, der wollte auch nur so maximal rein provozieren, ne? Würde ich in diesem Raum einmal sein, was ich nicht glaube, was ich jemals tun werde, aber würde ich da wirklich sein, dann würde ich es genauso machen wie der Typ da hinten. Einfach rein triggern mit den Stinkefingern. Hallo, okay, wir haben es verstanden. Ja, ihr seid sauer. Chillt doch jetzt mal. Ihr seid seit 20 Minuten am Ausrasten. Kommt doch mal runter. Bei dem ersten Knacken schon die ersten Gehirnzellen durch. Der verliert schon ein, zwei IQ-Punkte, weil er so krass am Schreien ist. Wow, nach diesem Clip fühle ich mich wirklich 50% besser als davor. Ich fühle mich irgendwie wieder gut. Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, dass ich trotzdem den ganzen Tag vorm PC hänge, weil ich zum Glück nicht so bin wie diese Jungs da. Einfach irgendwelche übergewichtigen Videospielspieler, die seit 20 Tagen nicht mehr geduscht haben. Chill mit 30 anderen dicken Videospielspielern in einem Raum, die auch seit 30 Tagen nicht mehr geduscht haben. Ey, 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 vergesst mal ganz kurz alles, was ihr jemals in eurem Leben gelernt habt, okay? Ich zeige euch jetzt mal was richtig Geiles. Schnallt euch an. Boah, das war geil. Bin ich der Einzige, der sich gerade so dachte, hell yeah, man. Das ist richtig nice. Ich muss das nochmal sehen, weil es zu geil war. Junge, 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 wie das Slice Butter da einfach lang slidet. Ey, ist das geil. Wirklich. Einmal. Ich muss aber Applaus geben. Wie geil ist das? Ich muss das gleich nochmal sehen. Ey, ey, ey. Und ich habe hier gleich noch ein richtig geiles Video für euch. Dort ist irgend so ein Wurm oder so und der ist so eingesperrt in einem Kreis voller Salz oder keine Ahnung, was da abgeht. Aber er schaut einfach mal zu. Oh, mein Gott, Bro. Oh, hell now, man. What the fuck? Guck mich nicht so an. Guck mich bitte nicht so an. Ich weiß auch nicht, was da gerade passiert ist. Und ich weiß auch nicht, wieso ich mir dachte, wow, das muss ich unbedingt in ein Bennett-Video packen. Das muss ich meinen Zuschauern zeigen. Habe ich euch zu viel versprochen? Ich wette, es gab gerade so ein, zwei Leute, die sich richtig einen abgelacht haben. Wer auch immer ihr seid, keine Ahnung, was mit euch falsch ist. Sucht euch auch Hilfe. Ich weiß nicht, wer von euch immer Wrestling geschaut hat, aber ich war früher so ein richtiger Fan. Und für einen kurzen Moment habe ich auch gedacht, Wrestling, das kann doch nicht echt sein. Ich dachte so, hey, ich bin jetzt erwachsen und ich weiß, Wrestling war damals immer Fake. Aber wenn Wrestling wirklich Fake ist, dann beantwortet mir eine Frage. Wie kann sowas dann sein? Oh. 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 Der Move nennt sich der Fidget Spinner Bayblade Remastered Triple Head Scissors Takedown. Und für alle Leute, die sagen, das ist Fake, ihr seid einfach nur Hater, okay? Also wenn das nicht real ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Guckt doch mal diesen Move an. Sowas kann nicht dodiert sein. Der, der sich dort dreht, der ist ein... Der ist ein erprobter Kämpfer. Der macht das schon jahrelang, ne? Und selbst wenn es Fake ist, dann Sch*** drauf. Dann ist es halt Fake. Wisst ihr, was nicht Fake ist? Meine Liebe zu euch. Vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Like und ein Abo auf dieses Video da. Wir sehen uns morgen wieder. Peace, peace, peace. Peace, 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 peace. Bis zum nächsten Mal.